Die eigenen vier Wände sind zumeist der wichtigste Platz zum Entspannen. In 25 Jahren Einrichtungshandel erweckte auch Kurt Gruber als Möbelprofi in Christkirchen Wohnideen und Konzepte zum Leben. Ursprünglich wurde die Firma gegründet von einem anderen, also den Herrn Skralofnik, 1990. Ich bin dann 1992 im Jänner mit eingestiegen, waren zwei, drei Jahre gemeinsam und dann habe ich mehr oder weniger 25 Jahre alleine die Firma geführt. Und seit Jänner 2019 steht ihm mit Innenarchitekt Philipp Baumgartner, ein junger, zeitgeistiger Impulsgeber, zur Seite. Mit dem neuen Firmennamen Philipp und Kurt Wohnmanufaktur starteten die beiden als Einrichtungshaus für alle Generationen neu durch. Wir haben investiert in Virtual Shelf, wo wir den Kunden Styleberatung und Bedarfsanalyse näher bringen oder die Kunden dabei unterstützen und das ist eben die EV5.0. EV5.0 unterstützt auf dem Weg zum persönlichen Stil und bietet optische Vorschläge in Form von Bildern und Videos. Eine Küche mit 1000 Raffinessen, ein Vorzimmer im Zeichen schlechter Funktionalität oder doch ein Wohnzimmer, das an die vielfältigen Bedürfnisse jedes Familienmitglieds perfekt angepasst ist. EV5.0 bietet individuelle Rahmengestaltung anhand der eingegebenen Daten. Im Optimalfall kommt aus, dass der Kunde weiß, welchen Stil das er hat und in welcher Richtung, dass wir sich bewegen bei der Planung und dass wir seinen Traum, seinen Einrichtungstraum verwirklichen können. Eine Inspirationsquelle für Mann und Frau. Ich glaube, es hilft extrem bei der Bedarfsanalyse für den Verkäufer und für den Kunden selbst ist es, glaube ich, eine super Möglichkeit, seinen Stil herauszufinden, wenn man das jetzt noch nicht für sich perfekt definieren kann. Ich war jetzt selber ganz überrascht, was man da wirklich alles ausholen kann. Wo geht es ungefähr hin? Was ist mein Geschmack? Also wenn man das vorher noch nicht so genau weiß, ist das eigentlich ein perfektes System. Wenn man sich das anschaut, wie die Eva da den Kunden durchführt durchs Programm, eine, die schon ganz klare Vorstellungen haben, aber genauso, die eigentlich noch gar nicht wissen, was sie wollen, das ist wirklich sensationell. Oder wenn es so ist, dass der Mann was anderes möchte wie die Frau und ich glaube, dass es eine gute Kombi ist dann. Anschließend können die gesetzten Favoriten direkt mit dem Berater vor Ort besprochen werden. Das schätzen die Kunden an uns, dass wir uns persönlich Zeit nehmen für sie, die Zeit, die man braucht und die Eva unterstützt uns eben dabei. Philipp und Kurt Wohnmanufaktur. Top Qualität mit einer großen Portion Persönlichkeit.